Und ein Moinzen zum Vorbericht vor dem Spiel gegen VfL Wolfsburg am Samstag Nachmittag. Frankfurt 1 zu 1 VfB, das dritte 1 zu 1 in Folge in Frankfurt. Ein verdienter Punkt, so richtig verdient hat sich eigentlich keiner einen Sieg am Ende des Tages. Eine starke Abbeileistung, vor allem Mafropanus und auch Ito. Das Gegentor auch so wild abgefälscht, so ein bisschen Zufallsprodukt mäßig. Mafropanus auch in der Sportschau 11 des Tages verdient am Ende vor allem diese Weltklasse-Szene, eine Weltklasse-Klärung gegen Kolomuani kurz vor Schluss. Dreierwechsel im Sturm, Silas trifft dann am Ende ein offenes Spiel, passt. Es war kein Leistungsabfall, was wir bis in die Befürchtung hatten, war es nicht. Gab keinen Leistungsabfall großartig nach dem Bayern-Spiel. So kann man erstmal weitermachen. Aber die bleibt auch als Trainer weiter in Frankfurt ungeschlagen. Und ja, ein weiteres zum Spiel, gerne das Video von Montag abchecken mit den Stichpunkten. Transfer-Sommer-Vorboten, weil es gibt ein paar Transfergerüchte, so ein bisschen Schnelldurchlauf, weil wir sind im März, also noch lange genug Zeit, bis da irgendwas überhaupt fällig wird im Sommer. Nummer 1 ist Antonis Aydonis, spielt eh wirklich keine Rolle bei uns, muss man ja sagen. Manchmal im Kader gewesen, der Innenverteidiger mehr auch nicht. Vertrag läuft aus im Sommer. Interesse aus der zweiten Liga, Kaiserslautern und Jan Regensburg, nennt Sky unter anderem. Dann wurde berichtet, dass wir im Winter ein Angebot von Wolfsburg für Hiroki Ito hatten. Acht Millionen plus unseren Wunschspieler Gilavogui haben uns Lück abgelehnt, hieß Veto von Wohlgemuth gut gemacht. Und dann Gerüchte um Afropanus und Frankfurt, so soll was dran sein. Aber es ist auch klar, dass es logisch ist. Und der Klassiker ist, dass solche Gerüchte immer genau vor dem direkten Duell gestreut werden. Also vor dem Spieltag kam das raus auf einmal. Er soll aber natürlich im Sommer definitiv den nächsten Schritt machen wollen. So auch Borna Sosa, da ist er auch seit Jahren eigentlich überfällig in den Transferfenster, gibt es Gerüchte um ihn. Da kamen jetzt neue Klubs in die Gerüchteküche. Einmal Tottenham natürlich als größerer Klub aus England und auch Real Sociedad und Sevilla aus Spanien. Brutale Samstagskonferenz, weil wir haben eine Abstiegskampfkonferenz am Samstag. Die ganze Konkurrenz spielt, es wird wild. Alles, was eben da unten rumdümpelt, spielt parallel. Wir natürlich gegen Wolfsburg erstmal dazu, das vermutliche Matarazzo-Endspiel. Hoffenheim gegen Hertha, auch ein kracher direktes Duell da unten. Bochum spielt gegen Leipzig, dazu auch noch Augsburg-Schalke. Klar, Augsburg auch ein bisschen weg noch von den Punkten, aber auch so ein bisschen direktes Duell da unten. Am Abend dann auch noch Dortmund gegen Köln. Für mich ja Köln ist manchmal, dass ich ein bisschen aufpassen müsste. Am Abend spielt dann 18.30 Dortmund-Köln. Also eine absolute, auch bei den Partien, die man sich so angucken kann, hier eine absolute Riesenchance. Wenn man gegen Wolfsburg gewinnt, hier mit ein bisschen Glück auf anderen Plätzen auch als Gewinner aus diesem Spieltag einfach hervorzugehen. VfL Wolfsburg, unser Gegner. Die Wölfe aktuell auf Platz 8, 15 Punkte vor uns. Auch ein Ex-Klub von Labbadia, war der ja auch erst mehr oder minder vor kurzem Trainer, sag ich mal. Eine durchwachsene Saison bisher, hatten ihre starke Serie rund um die Weltmeisterschaft. Da haben wir zwischenzeitlich zwischen Spieltag 8 und 17, glaube ich, so grob, kein Spiel verloren. Generell, wenn ich den Verlauf anschaue, so die Termine, die Spiele anschaue von Wolfsburg, habe ich die irgendwie echt so ein bisschen schlechter im Kopf, als es über die Saison eigentlich waren. Klar, aktuell ein bisschen schwankendere Leistungen. Belohnt sich oft auch nicht. Kader ist ordentlich, die haben ja ihre Kohle, können auch, wenn was schiefläuft, einfach wieder Leute dazukaufen. Bestes Beispiel ist der Abstiegskampf im Winter, wo es auch mal Kruse und Kurve einmal geholt haben. Offensiv gerade auch sehr, sehr viel Auswahl. Auch mal Musch mit einem Ex-Spieler von uns oder Ex-Leihspieler von uns aus Wolfsburg. Vielleicht könnte auch was gehen, 8er Platz, vielleicht ein bisschen was Richtung Europa noch für Wolfsburg. Dafür müssen natürlich so Spiele gewinnen, wie bei uns. Auch, was ich nicht auf dem Schirm hatte, sind tatsächlich in der Auswärtstabelle auf Platz 4. Aufstellung. Heute war PK, kurz dazu Mio und Stenzel sind fraglich. Gerasi fällt weiterhin aus. Die größte Frage eigentlich, was macht er im Sturm? Weil wir hatten ja oft Führig, Silas und Gil Dias. Jetzt hatten wir in Frankfurt Tomasch, Perea und Gil Dias am Start. Hat so alle nach 63. ausgewechselt gegen eben die üblichen, plus Colibale, der auch oft eingewechselt wird. Hab dazu jetzt auch nicht groß Tendenzen oder sowas gelesen. Von dem her überlege ich einfach mal selber, was so abgeht. Und eines auch noch zu den Aufstellungen ist auch ganz klar. Ich werde jetzt quasi immer einen Waldemar Anton auf rechts aufstellen. Es sollte klar sein, dass wir uns oder ich und auch die meisten von uns uns da was anderes wünschen. Vielleicht mal ein Mafropanos, vielleicht mal ein Wagnoman. Aber er spielt halt aktuell immer da rechts. Also macht es keinen Sinn, ihn irgendwie immer auf Zwang dann da rauszutippen. Deswegen gehört er einfach irgendwie in Startelf-Tipp mit rein dann. Bredlo, Anton rechts, Mafropanos, Ito, Sosa. Davor Karaso, Endoraguchi. Alles nichts Neues. Rechts habe ich mal Kulibali reingesetzt. Da kann natürlich logischerweise auch wieder ein Gil Dias spielen. Und Tonks wieder per Einwechslung, wie es ja oft war. Silas wieder vorne rein in den Sturm. Einfach durch das Tor. Ein bisschen Belohnung dafür. Links habe ich mal Tomasch. Fand ich gar nicht so kacke in Frankfurt, die Zeit, die er gespielt hat. Kann natürlich logischerweise auch in Führig spielen. Links und Perea auch für alle drei Positionen vorne eine Option. Denke aber, dass wir den eher wieder über Einwechslung sehen werden. Prognose. Und wie gesagt, man kann hier echt einen Schritt machen im Tabellenkeller. Also 100% an diesem Spieltag. Und Wolfsburg zu Hause ist auch einfach ein Spiel, das du auch da unten gewinnen musst. So fertig aus. Das gerade von Länderspielpause, der kommt eine Woche frei. Danach hast du Union auswärts, Nürnberg im Pokal auswärts und Bochum auswärts. Drei Auswärtsspiele in einer Woche. Wir wissen, wie es normalerweise auswärts bei uns läuft. Wir haben Wolfsburg auch meist zu Hause geschlagen. Auch egal, wie schlecht es lief so. Insgesamt 14 Siege, vier Unschieden, sechs Niederlagen gegen Wolfsburg insgesamt. Also zu Hause in den Heimspielen. Letzte Saison gab es ein 1 zu 1. Da fuhr die Niederlage. Aber davor, was ich gemeint habe, auch egal, wie es lief, im Abstiegsjahr ist eigentlich alles kacke lief. Haben wir die auch zu Hause 13 Uhr geschlagen. Dazu kommt natürlich unsere Stärke in den Sondertrikots. Gerne das Shorts-Video abchecken, das ich gestern hochgeladen habe. Wir haben seit Jako da ist in jeden richtig offiziellen Sondertrikots immer gewonnen. Bin also trotzdem, trotz dieser Wolfsburger Auswärtsstärke, sage ich einfach mal tabellarisch, trotzdem optimistisch. Hab auch eine gewisse Erwartungshaltung an das Spiel. Zu Hause in Wolfsburg musst du schlagen. Fertig aus. 3 zu 1 Heimsiege. Auch eine schöne Aktion noch. Am Spieltag kann man die Pfandbecher für Wasserprojekte spenden. Testspiel Heidenheim. Nach dem Spiel ist, wie gesagt, ein Länderspielpause. Auch die letzte und einzige Länderspielpause in dieser Saison noch. Also nach dieser Pause geht es Vollgas durch die Saison. Und da wird es ein Testspiel geben. VfB gegen Heidenheim am 24.03. Also Freitag nächste Woche gegen eine Mannschaft zur zweiten Liga, die da echt wieder Chancen hat, oben auch in Richtung Relegation oder vielleicht sogar direkter Aufstieg zu gehen wieder. Spielen eine gute Saison dort. Und da sollen natürlich Spieler laut Labbadia auch auf der PK Einsatzzeiten bekommen, die zuletzt weniger gespielt haben. Ist ja auch ganz klar. Mal gucken, ob man da irgendwie zugucken kann. Ob es da Tickets gibt. Wie auch immer dort so ein Klassiker ist, dass es halt einfach unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist. Die restlichen Tipps morgen natürlich im Das sagt die Statistik-Video. Wir brauchen diesen Heimsieg. Hoffen wir drauf. Wir haben Bock auf Spiele am Samstag. Ausverkaufte Hütte natürlich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.